Guten Abend zurück. Video auf Deutsch am Dienstag, 26. Juni. Morgen ist ja die Entscheidung dann in der Deutschlandgruppe Deutschland, Südkorea und Schweden, Mexiko. Natürlich weiß jeder Bescheid. Ich habe es ja gestern hier in dem englischen Video gezeigt, so ein bisschen wie die Chancen tatsächlich sind, beziehungsweise wie sie laut meinen Berechnungen sind, die aber nicht besonders von den Marktberechnungen oder Marktansichten abweichen. Das heißt, also profitable Wetten kann ich hier jetzt nicht anbieten. In dem Sinne ist dabei jetzt vielleicht auch nicht Inhalt und Thema in diesem Video, sondern mehr natürlich wieder diese kommentatorischen Highlights, die einem, tja, also ich weiß nicht, wie man das noch beschreiben kann. Also ich meine, man kann ja auf ganz viele Arten das angehen und sich darüber Gedanken machen, natürlich jetzt speziell auf diese deutsche Mannschaft oder diese Reaktion darauf, bezogen oder halt allgemein. Es werden ja nun täglich mehrere Spiele gezeigt, die eben auch andere Mannschaften im Einsatz sehen und wo man jetzt natürlich, also in früheren Jahren hätte man vielleicht gesagt, ja, ich freue mich auf die WM, weil ich halt viele Exoten und viele verschiedene Spieler und so sehe und weil ich eben möglicherweise auch andere Spielkulturen und möglicherweise halt auch ein paar Überraschungen oder dass man dann sagt, Mensch, das ist Saudi-Arabien, die waren ja klasse oder Ägypten halt oder dass man sich da auch mit irgendeinem Außenseiter vielleicht anfängt zu identifizieren, unterschiedliche Fußballkulturen halt oder eben auch einfach so, dass man halt die bunte Welt so ein bisschen an sich vorbeiziehen lässt da und natürlich dabei halt auch guten, interessanten Fußball, schönen Fußball und halt ein paar Tore sieht oder wie auch immer. Und natürlich würde ich jetzt fragen, jeden Journalisten, jeden deutschen Journalisten zumindest, ob er irgendwie einen Auftrag bekommen hat, was jetzt überhaupt die Kommentierung ergeben soll oder ist das alles sowieso selbstverständlich. So wird halt kommentiert und da gibt es gar nichts darüber zu debattieren oder so. Also das ist ganz klar. Also für mich würde natürlich heißen, der allerwichtigste Punkt ist natürlich eine Fesseln-Reportage, um die Menschen zu unterhalten. Also ich meine, man muss unterhalten können. Man muss eben den Zuschauer da an das Geschehen irgendwie fesseln. Und das ist was anderes, kann es ja nicht sein. Ich meine, wenn jetzt Deutschland spielt, kann man sagen, ich möchte irgendwie einen deutschen Sieg sehen oder mitfiebern oder so. Und meinetwegen ist ja der Teil noch ansatzweise in Belariti gelungen im Spiel gegen Schweden, dass man irgendwo schon spürte, dass er da mitgeht oder so. Und dann, sagen wir mal, dann würde man auch teilweise über Unsachlichkeit oder kleinere Dummheiten, wie soll ich es nennen, also kleinere, kommentatorische, also sprich jetzt viele Einschätzungen oder sowas, könnte man ja vielleicht noch drüber hinwegsehen. Aber sofern man da halt irgendwie jetzt einfach nur mit dieser Leidenschaft da irgendwie mitgeht, aber das ist nun garantiert trotzdem nicht gelungen in dem Sinne, also allgemein und insgesamt gelungen, wenn auch in den letzten Minuten dann und das Tor oder sonst was, aber dass er dann vielleicht ein bisschen aus dem Sessel geht oder so und den Zuschauer dann vielleicht so ein bisschen da mit reinreißt. Aber allgemein ist es halt auch dann noch ein schlechtes Niveau, weil es eben diese Tendenz immer in sich trägt, dass da irgendwas falsch läuft und dass wir auch jederzeit bereit sind, uns sozusagen uns, also indem er ja den Zuschauer ja auf seine Art unterhält, müsste er ja auch sagen, der müsste dann das so mitfühlen oder seiner Ansicht nach annehmen, dass man also jederzeit auch bereit ist, gegen sie vorzugehen. Also sprich, wenn jetzt ein Fehlpass kommt oder so, dann sagt man, was war das denn schon wieder katastrophal? Sodass er also nachher sagt, ja, bei den vielen Fehlpässen, kein Wunder, dass ihr verloren habt und so. Und jetzt gehen wir aber trotzdem mal kurz, also das wären die Deutschlandspiele und wenn eben jetzt andere Mannschaften spielen, was kann jetzt die Absicht sein? Ich meine, wenn man jetzt weiterhin diese These vertritt, dass sowieso alle Menschen eingeschaltet haben, dann wäre es ja egal, was man sagt, bitteschön. Also dann kann man ja sagen, ach na, da kannst du das oder das erzählen, die Leute gucken ja sowieso alle, also schalte noch einen Ton ab oder so, ist egal, dann erzähl, was du willst. Wir haben darunter, mit den Einschaltquoten sind wir absolut, also am Maximum, mehr geht nicht. Und dann erzähl, was du willst. Also ich bin der Meinung, dass man halt da was machen könnte und dass es auch einen Einfluss hat, ob man gut oder schlecht kommentiert und ob man eben eine fesselnde Reportage hinbekommt, die ja einfach jetzt auch möglicherweise auf den Punkt, aber wenn nicht, dann wäre halt der Unterhaltungswert immer noch die zentrale Fragestellung. Also sprich jetzt jemand, der zwar nur Schrott erzählt, aber jeder guckt zu und hört sich das an, weil er sagt, oh Mann, das hat ja richtig Spaß gemacht. Ich meine, das kann ja jetzt humorvoll oder meinetwegen halt Ironie, wie auch immer, oder eben auch einfach nur spannend gemacht, selbst wenn es jetzt eben nicht stimmt. Ich meine da eben nicht das Motto, ach, ist der Rasen schön grün. Also dass er jetzt dann immer irgendwie irgendwelche Dinge am Rande beobachtet oder wenn die Kamera da irgendein schönes Mädchen einfängt oder so, dann sich darüber auslässt. Also klar, wenn die Einschaltquote stimmen, würde man sagen, naja, mach's doch so, dann ist auch alles gut. Aber Einschaltquoten stimmen, da wüsste man ja jetzt sowieso nicht, wie viel man erreichen könnte. Aber ansonsten würde ich halt nach, also in den Unterhaltungswert sozusagen jetzt sowieso jetzt mal eine erste Stelle stellen und sagen, die Leute müssen eben unterhalten werden. Und natürlich möchte man irgendwo auch mal ein paar Fakten haben oder so. Und das ist ja ganz klar, dass das irgendwie mit dazugehört, dass man eben jetzt meinetwegen dann erfährt, wie Marokko vielleicht gegen Portugal, wie Marokko die Qualifikation geschafft hat oder welcher Spieler bei welchem Verein spielt, wie alt ist. Oder da gibt es schon manchmal so, oder wie viele Tore geschossen hat, wie viele Länderspiele hat und was auch immer. Also das sind immer schon mal Sachen, die auch zwischendurch untergebracht werden können. Wenn Sie jetzt allerdings immer diese gewissen Fakten, dieses Faktenwissen, wenn es immer dann platziert wird, wenn gerade eine spannende Szene und man dann die Szene verpasst oder so, dann ist es halt auch, ja, da würde ich sagen, er vergisst das oder so. Aber Kriterium, also gibt es irgendwelche Vorgaben an diese Reporter oder gibt es gar keine, ist egal, erzähl, was du Lust hast oder so. Und dann, wenn es welche gäbe, also dass der Unterhaltungswert überhaupt eine Vorgabe ist, versuchen wir unterhaltsam zu sein. Und unterhaltsam heißt eben definitiv auch, also nicht Spannung töten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Rechte hätte oder es ist meinetwegen die Reporterinstruieren oder auswählen müsste, dann würde ich eben sagen, guck mal, Fazit ziehen, bevor da irgendwie was entschieden ist oder so. Das entfällt ja, weil wir wollen nicht in der 66. Minute oder auch manchmal in der 40. Minute, wenn man es 2-0, wollen wir nicht hören, das Spiel ist durch. Ich meine, jeder Zuschauer kann das mitzählen und der weiß auch, dass die Chance jetzt meinetwegen gering ist oder so, auch gerade wenn der Favorit da führt oder so. Aber das wird halt einfach nicht gesagt. Und weil wir ja die Leute am Fernseher behalten wollen. Wir wollen ja nicht jetzt, wenn er jetzt gesagt hat, durch, heißt es auch so, ist durch. Ich bin ein Neuling hier, aber das brauche ich mir nicht mehr anzugucken. Ausgeschaltet, Senderwechsel. So, das können wir uns nicht leisten. Und das ist ja auch, abgesehen davon, dass es gar nicht die Wahrheit ist. Denn genau das Spiel, was er nach einem 2-0 mit durchbeschreibt, wäre, wenn es sich ändern würde, wäre es halt die ganz große Story, die er verpasst hätte. Also sprich, wenn er jetzt Leute halt bewegt hat mit seinem Kommentar, das Ding ist durch, was ja x-mal, der Drops ist gelutscht und wie sie jetzt immer noch unmenschlichere oder, wie soll ich sagen, gelangweiltere Parolen ausrufen oder so, der Drops ist gelutscht, naja, also das braucht man nun gar nicht mehr oder so. Das ist halt flapsigere, hemmsärmligere Kommentare oder so. Dann heißt es eben, schalten wir jetzt aus oder so. Aber genau das wäre eben das, also was, worauf ich denn aus? Also auf jeden Fall, dass eben die, wenn da jetzt eben die Wende kommt, ähm, äh, dass eben das genau die Reporter-Story, auf die man wartet. Also sprich, man dürfte sich ja dieser Chance niemals berauben. Also wenn nun alles seinen regulären Gang geht, naja, dann hätte man zwar ein bisschen Pech mit der Reportage, aber dann hätte man trotzdem noch die Aufgabe, sich spannend zu machen. Und, äh, wenn eben, äh, das jetzt zwar 0 zu 2 steht, der Favorit also klar führt, meinetwegen wie auch immer, äh, dann, dann, äh, hätte man halt nichts davon, äh, äh, das jetzt als, äh, als Endergebnis zu postulieren. Damit leitet es mal ab. Sondern jetzt könnte man sagen, na, wenn aber jetzt was passiert, dann hätte ich ja vielleicht das Spiel des Jahrhunderts eingefangen. Wenn jetzt tatsächlich da Saudi-Arabien gegen, äh, was weiß ich wen, da noch ein, äh, Russland da 0 zu 3 und das dann noch ein 3-3 rausholt oder so, wie im ersten Spiel da. Also da müsste ich ja gerade halt jetzt, natürlich, die, das versuche ich nicht zu prophezeien und gar nichts, sondern nur die Leute bloß nicht zum Abschalten bewegen. Und natürlich würde man jetzt über eine Chancenverteilung dann meinetwegen schweigen, sondern einfach nur die Szenen kommentieren. Oder halt, äh, wie auch immer, ich meine, sich jetzt an dem Spiel ja erfreuen, äh, nicht die, 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 dass die Amis dazu halt irgendwann mal den Begriff, wenn es jetzt 3-0 steht, wirklich in der 80. oder so, wenn man jetzt sagt, da kann dann wirklich nichts mehr passieren, wobei eben das ja, die Wahrscheinlichkeit sinkt, und damit wäre die Story halt die noch schönere. Aber, äh, dass eben der, äh, 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 dass man eben jetzt das Garbage-Time nennt. Und nicht, äh, Injury und Extra-Time oder sonst was, sondern Garbage-Time. Hier passiert halt nichts mehr. Das heißt aber nicht, dass es das nun wirklich unbedingt langweilig sein wird. Wobei eben, wenn es zu viele Spiele mit zu viel Garbage-Time gäbe, wo wir uns, wobei wir uns dem eben diesen Problem halt annähern, äh, dann, äh, äh, also sprich, man kann viel früher schon das Endergebnis ablesen, weil einfach zu wenig Tore fallen, äh, äh, und auch die Leute alle zu professionell sind, äh, im Umgang damit das eigene Tor zu verteidigen, äh, dann hat man halt viel, äh, mehr Garbage-Time, sozusagen, die Zeit, wo man einfach jetzt auf nichts mehr warten muss, und dann ist die Schönheit des Spiels einfach, äh, äh, zu gering, um dann weiter zuzuschalten. Also da müsste man dann über den Fußball selbst nachdenken, was ich natürlich an einer anderen Stelle auch schon längst getan habe. So, und also wie gesagt, diese Vorgaben sind meiner Meinung nach, und da gibt es keine, und falls es welche gäbe, die Minimalvorgaben, die werden halt auch absolut mit Füßen getreten und nicht eingehalten. Also sprich, man sorgt eigentlich nur dafür, dass sich der Zuschauer ärgern muss und dass man eben nicht gut unterhalten wird. Und wenn man jetzt sagen würde, Unterhaltenswert interessiert uns nicht, wenn es ein Sportspiel ist, dann müssen wir das auch sagen dürfen oder so, dann bitteschön. Aber dann müsste es ja wenigstens stimmen und dann müsste man ja irgendwie Vorgaben haben, was ein gutes Spiel von einem schlechten Spiel unterscheidet, an welchen Kriterien wird es gemessen. Also wir müssten ja vorher sagen, ich erwarte aber sieben Ecken zu sechs oder wie auch immer, und es sind aber nur fünf zu vier geworden oder wie auch immer, dann hätten wir zu wenig Ecken. Oder keine Ahnung, an was man das orientieren will, wann ist es ein schlechtes Spiel. Natürlich, wenn man jetzt viele Verletzungen, das und sowas sieht, dann sagt man, es war umkämpft und so, aber dann rollt der Ball nicht, naja, dann würde man vielleicht auch ein Kriterium nehmen. Es war nicht so ganz so schön mit anzuschauen. Andererseits muss man dann eben sagen, naja, die Spiele sind ja fast alle so, dass sich die Spieler da ziemlich empfindlich immer an die, also die Verletzungen immer billigend in Kauf nehmen. Und dass die Zweikämpfer halt einfach verbissen und sonst wie geführt werden. Und da würde ich natürlich auch sagen, da würde ich jetzt erstmal über das Spiel Fußball nachdenken und über die Regeln, ob man es nicht schaffen könnte. Ich wiederhole noch einmal, dass ein Foul eine Regelverletzung ist. Das heißt, wenn man jetzt so sagt, wenn der Schiedsrichter so sagt am Anfang und versucht, die Spieler zu behältigen, halt mal die Regeln ein, dann meint er nur, Foulen okay, aber bloß nicht geldwürdig oder so. Also sprich, aber jedes Foul ist schon eine Regelverletzung und da gibt es überhaupt keine Absichten, das aus dem Spiel zu verbannen, was natürlich mit Strafen jederzeit, mit angemessenen Strafen jederzeit möglich wäre. Also wenn ich nur ein Basketball, was man denn eben als diskörperloses Spiel, was vielleicht auch gar nicht mehr stimmt, trotzdem das so benennen, wo es eben einfach gegeben ist, wo einfach die Fouls mitgezählt werden und man dann eben der einzelne Spieler fouled out, also aus sich selbst ausgefoult hat, nicht mehr einwechseln, nicht mehr spielen kann. Oder eben die Team-Fouls, die dann eben für die Mannschaften eine Strafe nach sich ziehen. Und das sind ja alles Möglichkeiten, die heute längst gegeben wären und ich möchte dabei nicht den Profisport vom Amateursport trennen. Jedenfalls, also müsste man ja irgendwo an Vorgaben erkennen, wann ist ein Spiel schlecht. Und wenn man jetzt sieht, dass in jedem Spiel und in keinem Spiel es viele Tore gibt, auch nicht viele Chancen und viele Schüsse und viele Ecken oder viele Torsituationen, dann könnte man ja nicht sagen, das ist ein schlechtes Spiel, weil es ja genauso wenig Torsituationen gab wie dem Spiel vorher. Sondern muss man sich an dem orientieren, wie der Fußballer heute ist, dann müsste man sagen, ich würde mir das Spiel anders wünschen. Aber das letzte Spiel war auch so, dann haben wir halt jetzt, so ist halt das Spiel. Also da kann ich jetzt erstmal nichts dran drehen. Und wenn sie jetzt immer sagen, Portugal, Spanien, ich meine, der Alina Zbazim hat bitteschön 3 zu 3, toll, die geführt, die geführt oder so, gedreht, das, nochmal Ausgleich und so. Naja, dann, und jetzt aber heißt in den Nachrichten hier oder bei der Vorschau oder sonst was, was ja hier jeden Nachmittag dudelt, fängt ja gleich wieder an und ich schalte es ja ein, okay. Dann heißt es mit Abstand beste Spiel. Naja, dann, ich meine, mag ja sein, dass es mit Abstand beste Spiel war, aber wenn man das jetzt so hervorhebt, dann hieß ja das ja, dass wir nur ein einziges wirklich schönes Spiel gesehen hätten. Und jetzt sind wir schon bei 36 Spielen von Instagram 64. Also sprich, wenn wir dann immer wieder jetzt auf das eine Spiel zurückkommen müssten, um uns an ein schönes Spiel zu erinnern und eben, ich glaube, ich muss mal ein Stück trinken. Ist das Schleichwerbung? Hier, ich habe gar nicht gesehen. Gewinner, ich steht da drauf. Also jedenfalls, wenn es nur das eine Spiel wäre, das wäre ja dann das einzige Spiel, an was wir uns zu erinnern hätten, dann wäre das ja ziemlich armselig für den Fußball. Und jetzt müsste man, man müsste halt lieber dann sagen, Mensch, viele schöne Spiele und das war das Schönste vielleicht von den ganzen vielen Spielen. Vielen schönen Spielen. So, aber wenn es so hervorgerungen wird, das mit Abstand Schönste, dann heißt so alles andere eigentlich kann man eher vergessen. Und wenn es so wäre, müsste man halt darüber nachdenken, ob man den Fußball so überhaupt noch übertragen möchte. Und da sage ich natürlich auch, dass ich vollkommen vermisse, dass der Zuschauer auch gefragt wird, was er sehen will. Ich meine, abgesehen davon, dass er auch nicht gefragt wird, was er hören will. Also alle Kommentare, die ich höre, gehen nur in die Richtung, die reden nur Müll. Und das kann ich dann auch an ausreichend vielen Beispielen hier belegen. Und wenn ich hier wieder das so eingetippt habe, dann ist es mehr oder weniger nur eine Gedächtnisspitze oder so. Ich habe das halt hier mit dem Thomas und der sagt ja auch manchmal was dazu. Jedenfalls, Portugal, Marokko ist ja dann auch schon ewig her. Ja, aber da fiel ja gleich, vielleicht erinnern wir uns nicht, fiel ja gleich nach vier Minuten wieder, wie gegen Spanien schon hat Ronaldo. Wenn man ihn so alleine lässt, dann ist das fast zu 100 Prozent ein Tor. Ich weiß nicht, also was ist jetzt die Absicht hinter dem Spruch? Also gute Unterhaltung, wir wollen, oder er ist der absolute Oberexperte und wir sollen jetzt vor Demut irgendwie in die Knie gehen, oder was? Also Ehrfurcht, dass wir also vor so viel Sachverstand, oder also ich meine, wenn man ihn so alleine lässt, dann ist das fast zu 100 Prozent ein Tor. Ist es jetzt eine schöne Kommentierung, oder unterhaltsam, oder passend, oder identifizieren wir uns alles, haben wir was gelernt, oder was ist der Sinn dahinter? Und wenn es jetzt der Sendeprogrammchef hört, oder so, dann müsste er sagen, naja, haben wir den so abgesprochen, oder wollten wir das so, oder will das der Zuschauer hören, oder ist es einfach nur die Wahrheit, und was auch sonst, dann ist es eben Schrott, sowas zu sagen. Also, ich bin jetzt hier kurz abgelenkt, wenn man ihn so alleine lässt, also das würde ja für mich heißen, dass der Mann sowieso alle Spiele gesehen hat von Portugal, und dann eben weiß, wenn man ihn so alleine lässt, dann macht er immer, ist fast zu 100 Prozent. Also, ich habe ihn jetzt 100 Mal so alleine gesehen, 99 Mal war ein Tor, oder so, Sachverstand, der hat alle Spiele gesehen, klar, einmal. Dann war er überhaupt alleine, natürlich überhaupt nicht, dann sind drei Spieler um ihn herum, und er ist halt im Kopfball, das geht zum Ball, weiß aber, hat aber auch keine Angst, Timing stimmt, alles Mögliche, körperlich halt gute Voraussetzungen, und das ist halt absolut nicht. Ich meine, es ist in Deutschland, im Fernsehen heißt es halt immer, wenn ein Stürmer rankommt, der war total frei. Also, ich meine, vor allem, wenn er das Tor schießt. Und das ist eben, erkennen Sie daran, dass er an den Ball gekommen ist. Wenn der Verteidiger rankommt, ist es natürlich schlechte Flanke, wenn der Stürmer rankommt, dann ist er sträflich frei. So, also, vollkommen sinnlos, falsch, nicht unterhaltsam. So, welche Kriterien könnte man jetzt noch nehmen? Es ist Schrott. So, setzt sich gegen Krieg, fast noch einen Fuß ins Gesicht. Also, dass er eine Verteidiger da noch seinen Fuß sogar hochreißt, und er sich aber trotzdem darüber stürzt, oder so. Gut, muss man sich dann nochmal angucken, um sich das... Aber jedenfalls, das ist eben, was die Stürmer heute machen, oder so. Also, einfach sagen, unerschrocken, und wenn, alles blutet, aufgeschlagen, oder sonst was. Ich habe schon vorher ein paar Schmerzmittel genommen, da hatte ich nichts mehr. Dann kommt, aber ein bisschen später, kommt Portugal in der Abwehr verwundbar. Der eine ist 34, der andere 35 Jahre alt. Ach so, hat der Trainer, das sage ich jetzt dazu, ja, das hat der Trainer gar nicht gewusst. Vielleicht sollte man ihm das mal sagen. Spanien hat das gezeigt. Ach so, er hat ja seine Schlussfolgerung. Denn Spanien hat ja drei Tore geschossen gegen Portugal. Ja, weil sie drei Tore... Das waren wir in Spanien. Also, sprich, ich weiß nicht. Also, die sind verwundbar, das ist feststehend. Also, da darf ich jetzt auch nicht widersprechen. Der eine 34, andere 35. Spanien hat das gezeigt. Also, er merkt ja dann selber, das ist irgendwie nicht ganz so. Und dann sagt er, na, hier kann ich es ja beweisen jetzt, oder so. Es ist... Also, es stimmt nicht, Blödsinn. Also, der Trainer wusste schon, wie alt die sind. Der hat trotzdem die Besten ausgewählt. Oder soll er jetzt die aus alter Verbundenheit aufgestellt haben? Er hat halt die Besten aufgestellt. So ist es halt. Und die Verteidiger sind halt manchmal schon ein bisschen alter, haben auch eine Menge Erfahrung und sind halt im Zweikampf gut. So, und... Das hier, Spanien hat das gezeigt, ist natürlich jetzt Blödsinn. Das ist halt eine der weltbesten Mannschaften. Und aus dem Lachse ja zurück. Wenn es 0-0 gewesen wäre, hätten sie es vielleicht auch nicht gezeigt. Oder nachher auch 1-0 gewonnen, wie so viele andere Spiele ausgegangen sind. So, jedenfalls ist es halt einfach... Also, wenn es stimmen würde, bitteschön. Wäre aber immer noch unerwünscht, oder so. Wenn man einfach sagt... Oder soll ich mich jetzt freuen auf die Nächste? Oder soll ich jetzt sagen, haha, Portugal hat nicht aufgepasst, die falschen Leute aufgestellt, Sachverstand, verneigen von so viel Sachverstand, oder... Also, ich weiß nicht, wozu ist es jetzt sinnvoll. Schreib es mir hin. Fand ich gut. Habe ich endlich was gelernt? Da wusste ich noch nicht, oder so. Es ist halt Mäkelei, aber das ist ja schon ganz früh. Dann hat halt hier Marokko ein paar Szenen gehabt, und wie gut sie sind, hat man ja vielleicht gestern gesehen, beim 2-2. Ich habe es auch bei dem Spiel gesagt, 2-2 gegen Spanien. Also, dass sie einfach auch voll auf dem Niveau mitspielen können, was aber auch viele... Portugal machte sich bequem. Also, jetzt hat Marokko einfach ein bisschen Spielanteile gehabt, und dann machte sich Portugal bequem. Also, der Favorit hat es immer in der Hand, und könnte, wenn aber... Jetzt haben sie mal ein bisschen einen Gang runtergeschaltet, jetzt dürfen die auch mal ein bisschen, und so. Es ist einfach nicht die Wahrheit. Es ist schlecht, falsch, unterhaltsam. Nein, null, nicht auf den Punkt. Spannung rausnehmen, dass Portugal macht es sich bequem. Jetzt haben wir ein richtiges Zuguck-Argument. Also, jetzt will ich mal nach 15 Minuten, weil es war ja 29., zugucken, wie es sich Portugal bequem macht. Oder was ist der Sinn der Aussage? Stimmen tut sie sowieso nicht. Aber wenn es stimmen würde, wäre es halt auch Verletzung des angestritten Unterhaltungswertes. Also, ich sage ja bloß dazu, außerdem hat jeder Führende bisher dem Gegner den Ball überlassen. Es war halt einfach so. Also, sprich, wer führt, hält halt einfach das Ergebnis. Bequem machen, sag ich nur, ist total daneben. Dann der noch. Früher hatte man bei Pepe das Gefühl, jede Aktion von ihm wäre ein Foul. Das hat er super gesagt. Also, ich meine, Pepe ist halt wirklich ein harter Verteilig. Zehn Jahre her in Madrid und so weiter. Aber jetzt dachte ich halt, jetzt sagt er irgendwie was Positives über ihn. Man hat sich vielleicht getäuscht oder so. Jetzt stattdessen, heute ist eine gewisse Altersmilde dazugekommen. Ich meine, er hätte fast schon ein Lob ausgesprochen irgendwie an einen Spieler. Und dann merkt er schnell auf die Zunge beißen. Gut, kann hier nichts sein. Es ist eine gewisse Altersmilde. Also, heute, also wenn man es genau übersetzt, früher hatte man bei ihm das Gefühl, jede Aktion wäre ein Foul. Heute weiß man es. Es war immer ein Foul. Aber jetzt fault er doch nicht mehr in jeder Szene. Oder so. Es ist so ein Geschwafel, so ein Sinnloses. Man weiß ja auch nicht, was ich jetzt damit anfange. Also jetzt, Pepe, Achtung gewinnen. Oder, ach so, stimmt. Der hat ja alle umgesetzt früher. Es ist so spektlos, so dann eben. Und dann macht Marokko kein Tor. Irgendwann muss man dann auch mal sagen, dass es da an Abschlussqualität fehlt. Also, Marokko ist klar. 90. Minute, Fazit ist gezogen. Wir wissen es zwar noch nicht, aber wir können allmählich auch als Sprecher ziemlich sicher sein. Kommt nicht mehr. Und jetzt kommt ja der Rundumschlag, der eben jetzt nur mal so. Herzlich wenig, was Portugal da heute gezeigt hat. Also, am Ende waren beide schwach einfach. Die anderen, Abschlussqualität, das. 1-0 ausgegangen. Herzlich wenig, was Portugal gezeigt hat. Schwache Innenverteidigung. Verletzt, verwundbar. Die haben sich ausgenutzt. 16 Torschüsse, kein Tor gemacht. Schwach. Also, irgendwo muss es ja in diese Richtung gegangen sein, dass da irgendwas gefehlt hat in dem Spiel. Da muss man dann auch mal sagen, dass es da an Abschlussqualität fehlt. Versöhnliches Fazit. Beide waren schwach. Jetzt kommt Uruguay gegen, das muss ja gegen Saudi jetzt gewesen sein, ne? Freistoß Uruguay. Soares schießt drauf. Ball an der Strafraumgrenze. In der Mauer. Aber wie üblich mit dem Unterarm abgefälscht. Torwart hechtet in die Ecke. Box ihn raus. Kommentar. Ein guter Torwart hält den fest. Also, es ist er, da er sowieso mit dem, mit der Anspannung, die er selbst empfindet, nicht auf Augenhöhe mit dem Geschehen ist. Sprich also, immer nüchtern die Stimmung gedrückt, wir sind Deutsche, was sollen wir uns hier mit Uruguay und diesen Patzern da anfängern beschäftigen? So ungefähr. So, wir sind Weltmeister. Das ist, was hier, kriegen wir sowieso mindere Qualität geboten. Aber auch so, Fußball, da passiert schon nichts. Also, wird kein Tor fallen. So wird es nichts. So, und wenn man jetzt sozusagen nicht auf Augenhöhe war, dann eine gute Torszene kommt, da kann man nicht sagen, ah, der war fast drin. Das könnte man nie so, ja, ein guter Torwart hält den fest. Also, man hat schon auf Nüchternheit umgeschalten. Umgeschaltet. Man ist permanent im Nüchternheitsmodus. In dem Modus, hier passiert nichts, die sind alle schwach. Und dann, ein guter Torwart hält den fest. Also, ich meine, es ist der mieseste Kommentar, den man dazu abgeben kann. Und abgesehen davon, würde ich mal sagen, wenn man jetzt ein bisschen mal Publikumsreaktionen mit einbezieht, die reflektieren schon ziemlich gut, was sich da abspielt. Und manchmal wurde ja dann auch Laola und das. Oder auch einfach nur Begeisterungsschreie oder so. Dann kann man schon davon ausgehen, dass das nicht alles Laien sind oder so, die sich einfach so freuen, weil der Basen so schön grün ist, wie ich vorhin sagte. Sondern die einfach erkennen, dass da jetzt gerade irgendwas Spannendes passiert ist. oder so. Abgesehen davon, dass das Vernichtende Urteil über Uruguay auch schon gefällt, schwach, vorne und hinten führen, aber 1 zu 0. Saudi richtig gut hält dagegen. Aber daran liegt es natürlich nicht. Es gibt nur ein Urteil, schwach. So sind es eben mal, beide mal wieder. Saudi sowieso, denn wer 0 zu 5 verliert, ist entsetzlich. Da können sie nun spielen, wie sie wollen. Also das war ja jetzt so allgemein mal über diese ganze, den Tonfall in dem Spiel gesagt. Sie spielen viele von diesen hoppelnden Bällen, die dann kaum zu verarbeiten sind. Schöne Beobachtung, spiel mal einen hoppelnden Ball mit. War eine Traineranweisung, haben sie umgesetzt, spiel mal hoppelnde Bälle. Ich meine, was ist das für eine Beobachtung? Ich meine, manchmal kriegt man ja den Pass nicht ganz so hin. Ich meine, abgesehen davon, dass da irgendwie ein Bodenbelag auch ist. Harmlos, alle Zeit der Welt, da wieder dicht zu machen. Also jetzt geht es immer weiter so. Spiel mal. Wird nur gehackt. Ab jetzt wird nur noch rumgehackt auf beiden. Ein einziger Abgesang auf das Spiel und auf den Fußball damit. Und für die Einschaltquoten. Wer sollte denn da nur noch zuschauen? Nächster Stockfehler. Das kommt immer so, während ich dann schreibe, kommt schon wieder Nächster Stockfehler. Also das ist ja eben, wenn es jetzt so ein Stockfehler, ich meine, das war irgendwann mal ein Wortwitz oder so, wenn man vom Eishockey, kannte man das, dass jemand mit dem Stock irgendwie nicht und dann heißt es bei Fußball, hat man irgendwann mal gesagt, war ein Stockfehler, was natürlich einfach kein Fußballbegriff ist, aber das ist jetzt eingegangen in die Sprache. Gut, sondern man muss jeder wissen, kennen, ist humorvoll oder was weiß ich, das verliert ja daran. Aber der nächste Stockfehler heißt ja, also wir sind hier Zeugen von konsekutiven Stockfehlern. Also die können gar nichts mit dem Ball. Er sagt mal, die Bälle sind schachgehalt. Da werden die Bälle nicht schachgehalt, sondern hoppelig. Das ist unfassbar. Und er hat null Verantwortung für die Zukunft von Spiel und Sender. Vom Spiel Fußball meine ich. Also von dem Spiel, weil er ja, wenn er das ganze Fußball so zerlegt, es ist eine Besserwisser und über den Dingen stehend Mentalität, sagt er. Er ist halt so, eine Mannschaft führt, sie wissen, dass sie kein Tor kassieren werden. Aber selbst wenn, wäre es kein Weltuntergang. Also so verhalten sich dann die Führenden. Uruguay hatte ja geführt, Saudi hat kein Tor geschlossen. Naja. So. Ausrechenbar ist es auch hier, ihr Spiel. Das hat er dann irgendwann mal gesagt, ausrechenbar. Wäre er ja noch Mathelehrer geworden. Ausrechenbar. Naja, hier hat er mir jetzt so ein Dings geschickt, dass Russland mehr gelaufen ist als jede andere Mannschaft, was natürlich dann in diese Richtung da, meinetwegen Dopingverdacht oder sonst was, keine Ahnung. Schönes Tor bei Dänemark, Australien zum 1 zu 0. Sie zeigt richtige Begeisterung. Sie, da war Claudia Neumann wieder dran. Bei der Wiederholung urplötzlich, nicht unhaltbar. Also ich meine, manchmal wurden auch die Kommentatoren so ein bisschen von dem Geschehen einfach selbst reingerissen. Aber sie spüren, dass das nicht angemessen ist oder dass sie jetzt irgendwie Begeisterung, nee, das verträgt, hier der deutsche Zuschauer nicht. Oder vor allem würde das für Laienhaftigkeit sprechen, weil irgendwas muss sich ja hier analysieren, Fehler finden oder sonst was. Ein Laie freut sich vielleicht. Nicht unhaltbar. Also wirklich, das war unfassbar. Der Eriksen schießt da aus zwölf Metern, selbst wenn er ziemlich zentral. So ein Hammer, wie er sich erinnert. Jedenfalls nicht unhaltbar. Also das als Kommentar dann zur Wiederholung. Also man kann das nicht aushalten. Ich meine, man würde sich da einfach mal freuen. Da gibt es natürlich Defizite bei den Australiern in der Wahlbehauptung unter Gegenerdruck. Also was die Frau immer ausanalisiert hat, da wirklich. Nach zehn Minuten sind wir bereits wieder bei Auflistung von Vierleistungen angekommen, sage ich. Defizite, haltbar. Also da sind Defizite. Das sind Defizite. Klar, jeder weiß von den Defiziten. Also für wen ist das gedacht? Wir freuen uns jetzt aber, dass wir das gesehen haben. Die Defizite. Jetzt warte mal. Jetzt gucke ich aber nochmal genau hin. Ach, schon wieder dieses Defizit. Schon wieder ein haltbarer Ball irgendwie durchgegangen. Ich denke mal, dass sie die ihr wohlbekannten Defizite vor dem Spiel dem Dänencoach geflüstert hat. Das hat er dann mal gleich ausgenutzt. Und gegen die Deutschen ist es sinnlos, Druck zu machen, auf den Ball führen, ein Pressing zu spielen, denn die finden immer eine Lösung, haben ja schließlich keine Defizite. Das habe ich dann bloß mal so, weil, ich meine, naja. Eben nach einem Foul von Moï an Sisto geht der Däne theatralisch zu Boden und hält sich das Gesicht. Der Pfiff erfolgt nichts weiter, richtig so. Nur beschwert sich danach Moï. Sie meint, bei der Wiederholung, da braucht er sich nicht zu beschweren, das war ein Foul. Er beschwert sich aber auch gar nicht über den Foulpfiff, sondern darüber, dass der Gegner ihm mit seinem Verhalten eine Tätigkeit, die schmeißen sich jetzt immer so hin, das und kugeln sich am Boden und halten sich irgendwo Stellen am Körper, die überhaupt nicht getroffen wurden und so und dann, ich meine, man könnte einfach auch mal ein bisschen Sachverstand haben. Soweit reicht der Verstand nicht, leider. Also, der Gegner, der Gegenspieler, das versuchen wir halt heute häufig, sie sind irgendwie getroffen worden, vielleicht hören sie schon, wenn sie fliegen, den Pfiff und übertreiben dann noch ein bisschen mehr, weil sie sagen, na, wenn sie schon gepfiffen hat, vielleicht kann ich jetzt noch eine gelbe Karte rausholen. Zusätzlich. Er beschwert sich einfach, dass der Dänen nach einem schlichten Foul zu Boden geht mit den Händen im eigenen Gesicht, wo er gar nicht berührt wurde. Das ist ja auch grausam heute, wie sie aus jeder kleinen solchen Szene was rausholen möchten. Aber ihr Verstand, selbst wenn es nur der vom Fußball wäre, reicht nicht so weit, das zu verstehen. Naja gut, dann bin ich eben selber angreifslustig. Aber es tut mir leid, für mich ist es klar, dass es so war und dass er, der Moi einfach, der zeigt, guck mal, was der hier für ein Theater macht, was soll das denn? Und das ist noch nie strafbar gewesen, dieses Theater. Also eben auch, als der Senegal, in den Nigerianer da, als der, wo spielt der bei Senegal, als der rausgegangen ist mit der Verletzung da angeblichen und dann das 2-0 geschossen hat, als er wieder reinkam. Da würde ich ja sagen, naja, du hast ja doch so schwer. Wenn er denen doch bloß auch noch zustellen könnte und gar kein Anspiel mehr in der gegenwärtschen Hälfte möglich wäre. Ein Angreifer bekommt einen Ball? Nein, kann auch nicht sein. Stellungsfehler. Es ist immer sofort einer mit einem Spiel Stellungsfehler. Eben wieder unpräzises Aufbauspiel bei Australien. Und Paulsen kommt noch nicht zum Zug. Also da ist unpräzise, kommt nicht zum Zug. Ich meine, wir suchen die positiven oder war alles positiv. Sonst wahrscheinlich, was ich nicht aufgezeichnet habe. Es steht 1-0 nach 20 Minuten. Also ich meine, sie rechtfertigt ja sozusagen den Spielstand, wobei eben Paulsen kommt nicht zum Zug, ist ja sozusagen die von den Führenden. Aber das ist eben, weil er sozusagen in der Bundesliga-Valance vielleicht dann näher steht oder sonst was. Nicht präzise genug erneut. Da gibt es Verbesserungspotenzial. Geht ganz einfach. Sie zum Trainer machen, dann wären endlich die ganzen Defizite weg. Also das war mein Tipp jetzt. Aber sie hat ja abgelehnt. Also ich meine, erst kommt ein Ball an, dann heißt es Stellungsfehler. Der nächste Ball wird abgefangen, wunschgemäß, denn sie hat ja vorher gesagt, dann heißt es unpräzises Anspiel. Also ich meine, entweder kommt ein Ball an, steht der Verteidiger falsch oder kommt nicht an, unpräzises Abspiel. Da stimmen die Übergaben nicht, hat sie auch noch einem mitgezählt. Es ist ein einziges Gehacke, Gemüse, dabei haben die Zuschauer sogar schon die Welle gemacht in dem Spiel, weil es einfach guter Fußball ist. Also das war ja live von mir geschrieben. Also da lief die Welle durchs Stadion und sie sagt die ganze Zeit nur so eine Sache. Unpräzise, hier Stellungsfehler, Verbesserungspotenzial, nicht präzise genug, stimmen die Übergaben nicht. Es ist die ganze Zeit unpräzises Aufbauspiel, kommt nicht zum Zug. Stellungsfehler, nee, wirklich. Da läuft Kreisliga, sagt er immer so. Blinder, ich meine so schlecht, wie es ist einfach absurd, alles so kaputt zu reden. Ich denke an Blinder und Sehende, sie schaffen es in wenigen Minuten, alles klein zu haken und halten sich für Experten. Das sage ich jetzt mal so. Eben kam mal wieder in Australien nach vorne, da zeigen sich die Nachteile des Pressing. Man darf auch nicht angriffen, geht gar nicht. Also wenn sie nicht nach vorne kommen, weil sie heißen, ja sie liegen zurück und kommen gar nicht ins Spiel. Wir eben noch nach ihrer Auffassung gezeugen konnten, da zeigen sich die Nachteile des Pressing. Nee. Lass doch die mal angreifen und die mal. Weil die Leute mögen es. Schattenseiten, weil der Gegner auch mal nach vorne kommt, sind solche unerträgliches Geseire in der Absicht, gut dazustehen und alles von gewusst zu haben. Die Zuschauer unterhalten, Spaß verbreiten, ist nicht meine Aufgabe. Was ist denn jetzt wieder schief gelaufen? Ein flacher, harter Freistoß kommt in den Strafraum, fast ein Tor für Dänemark. Sie scheint im ersten Moment überrascht. Der Ball kommt flach, fast ein Eigentor. Dann kommt die Wiederholung, danach ihre Erkenntnis. Das war offensichtlich so beabsichtigt. Toll, wirklich. Eine wahre Expertin. Nee, der Ball ist ihm abgerutscht. Oder was haben wir da wieder? Also, es war, Eriksen hatte einen Freistoß flach einfach und das war ja fast ein Tor, auch wenn ein Eigentor. Aber sie ist überrascht und dann muss irgendwie und dann, aber das war offensichtlich so beabsichtigt. Naja, klasse. Da ist ein kleiner Schubser, aber für mich zu wenig für einen Elfmeter. Solch kleine Schubser dürfen fließen nur die Stürmer nicht. Denn da würde es ja immer heißen, ja, da sieht man, Schubs hat das Stürmer vor. Jetzt kommen sie tatsächlich zu der Erkenntnis, dass das kein Elfer war für Australien. Ach so, Fehlentscheid. Also die haben ja Elfmeter gegeben für Australien, wurde ja in dem Spiel und dann kommt die Halbzeit und da ist noch schießt sich der Experte Urs Mayer und dann heißt es noch Fehlentscheid. Also sagt er Schweizer-Deutschland. Ich meine, wenn man jetzt drüber nachdenkt über den Videobeweis oder so, das ist jetzt meinetwegen anderer Baustelle und hier nicht so beabsichtigt. Aber dann müsste doch jetzt ein Schiedsister wenigstens sagen, ein Glück haben wir den, der bestätigt, jetzt halten wir mal zusammen oder so. Dann gibt es halt mal ein Elfmeter und so. Aber wenn es danach sowieso nur diskutiert wird, wie vorher auch, dann kann man auch die aktuelle Entscheidung stehen lassen. Also ich meine, Geben, ja, nein, wie auch immer, Willkür, war vorher auch so. Ich meine, naja. Aber er ist ja also sicher, dass er jetzt auch gut liegt damit. Aber wie schlecht es für den Fußball oder für alles eigentlich ist, nein, es kann doch nicht sein, ich begreife es einfach nicht. Aber das ist jetzt, wie gesagt, so ein Regelproblem. natürlich. War das Absicht? Fragen Sie das. Der Ball fliegt Richtung Tor und wird auf dem Weg mit der Hand, welche weit ab vom Körper ist, abgehalten. Und dann, ja, Paulsen war ja so gesprungen, der hat ja den, nicht, also, und der Arm ist ja hier oben und da geht der Ball ran. Und dann sagen sie, aus der Entfernung und sonst was alles. Ich meine, dann sollte man halt die Regel umformulieren oder sonst was, aber, ich meine, das, nein. Er springt garantiert nicht so, weil er immer so springt oder sonst was, sondern weil er denkt, ach, vielleicht kann ich den Ball so abhalten und vielleicht wird er sagen, das war ja nicht unnatürlich und keine Absicht und Entfernung und sonst was alles. Ich meine, wenn er wüsste, dass es immer Elfmeter dafür gäbe, dann würde er schon irgendwie anders springen können. Das würde er schon mitbekommen. Eine solche idiotische Analyse wie von denen im Studio macht alles kaputt. Man hätte eigentlich die Chance, dadurch diese ganzen Anspiele einzudämmen und immer mehr Tore verändern. Also, indem man einfach dann sagt, ja, guck mal, hier war er doch dran, hast du doch gesehen und auch, gestern war wieder eine Mauer, da bei Portugal springt in er so wieder. Dann reklamiert der Ronaldo, ja, da wird sowieso gleich weg, da wird gar nicht drüber nachgedacht. Aber wenn man genau hinguckt, dann war es halt auch einfach der Ellenbogen, der Ellenbogen abgewährt hat. Auch wenn da mehrere stehen und vielleicht der auch anders ran gekommen wäre, aber das spielt da jetzt keine Rolle. Er hat halt einfach den Ellenbogen genommen, muss man jetzt nochmal angucken. Ganz einfach wäre, man fragt alle und sie sagen, das war keiner. Also, Urs Mayer meint noch, dass es ganz einfach wäre. Also, Regel war gar nicht kompliziert, man fragt alle und alle sagen, das war keiner. Super. Also, ein total super Spiel, alle sind begeistert, aber sie nörgeln die ganze Zeit umhackt auf Dänemark rum. Das ist zu wenig. Irgendwann war doch von Neutralität die Rede. Neutral wäre, dann könnte sie doch nicht jetzt an dem Spiel von Australien, sich doch jetzt an dem Spiel von Australien erfreuen. Es fehlt hier etwas und dort etwas. Schwieriges Spiel für Dänemark. Ja, haben wir die ausgewählt, sie zu unterstützen oder haben wir vorher gesagt, Dänemark ist unsere, was meinst du mit Phoenix? Ach so. Hier, die Dänen stellen nichts mehr zu. Sie überlassen den Australien fast ungestört, das Mittelfeld. Also, es ist immer halb, wie heißt es, halb leer. Das ist krass. Ich meine, wenn hat es ja Australien vielleicht auch gut gemacht oder dass sie vielleicht sich Räume geschaffen haben oder einfach die bessere Mannschaft waren, was ja dann einfach gegen Ende oder immer mehr der Fall war. Vielleicht hat doch Australien was dazu beigetragen. Ich meine, dass man jetzt mal sagt, schön, Australien hat jetzt ein bisschen Initiative, es ist irgendwas falsch, stellen nichts mehr zu. Also, die müssen zustellen, damit alle glücklich sind oder wofür ist es denn? Immer die falsche Perspektive, negativ, aber auch so, als ob wir jetzt sind für die Dänen, für die, die gerade schlecht sind, sind wir oder was. Es sind die Einzelaktionen, die das Spiel prägen. Das war jetzt auch eine ganz tolle. Absurd. Auf beiden Seiten ein guter Abschluss in einem enorm lebhaften Spiel. Vorher war die Rede davon, dass die Abschlussaktionen fehlen, weil immer etwas fehlt. Nun gibt es hier einen, dort einen. Es sind die Einzelaktionen. Also, wenn jemand schießt, ist Einzelaktion. Weil, wie schießt man gemeinsam aufs Tor? Das ist so eine blödsinnige Analyse. Das darf natürlich nicht passieren. Ein Däne wird ausgespielt, eine Torchance. Abgesehen davon, wird dauernd von den Auswirkungen dieses Ergebnisses auf die Situation. Ach so, also, das darf nicht passieren. Das darf natürlich nicht passieren. Ein Däne wurde ausgespielt. Eine Torchance. Darf nicht passieren, damit wir weiterhin Spaß haben. Oder, was würde das jetzt, was darf nicht passieren. Also so, wenn das nochmal passiert, dann geht sie raus. Also, das macht sie nicht nochmal mit. Also, nochmal einen Spieler ausgespielt, dann darf der nicht. Ich bin hier im falschen Film. Er legt sich einfach das Mikrofon wieder. Ein Däne wird ausgespielt, wieder eine Torchance. Das darf natürlich nicht passieren. Außerdem wird dauernd von den Auswirkungen dieses Ergebnisses, das ist ja halt, was ich vorhin auch mal sagte, dass eben ein Dauerfazit halt gezogen wird und das immer sich am aktuellen Spielstand orientiert, weil man eben sozusagen sich in gewisser Sicherheit fühlt, dass das Ergebnis schon Bestand haben wird. Aber wenn es sich ändert, dann macht es dem Experten auch nichts aus. Dann sagt er, wenn sie alle pennen, da hinten oder so. Also erneut eine Art Fazit. Da merkt man, dass zumindest Australien unbedingt den Sieg will und auch nah dran ist. Also ich meine, sie haben es einfach deutliche Leistungsstrahlung. Das war sehr positiv. Aber jetzt, deutliche Leistung, haben sich am Anfang überraschen lassen. Auf einmal umgedreht. Also da war Dänemark zwar überlegen, aber da hat sich jetzt, wie sich jetzt herausstellt, besser am Anfang hat sich überraschen lassen. Nee, das ist so, wie sinnlos kann denn sowas sein? Ich meine, nee, demnach doch die beste Mannschaft. Nur der Überraschungseffekt am Anfang. Diese hilflosen und sinnlosen Analysen, die jeder Zuschauer besser könnte, abgesehen davon, gar nicht wissen will. Ich meine, wenn man sich jetzt nur mal fragt, was der Zuschauer gerade hören will. Also sie haben sich am Anfang überraschen lassen. Was empfinden wir jetzt dabei? Jetzt haben wir die Taktik, die lächerliche Taktik. Die spielen Überraschungstaktik, sind die schlechte Mannschaft, aber tun einfach so, als ob sie gut sind und überraschen den Gegner und denken, vielleicht machen wir dann noch ein Tor und dann haben wir sie eingeladen oder wie auch immer, eingeschwäfert oder ich weiß nicht, das ist so sinnlos. Ihm fehlt der Überblick, die Übersicht beim Zuspielen. Ah, Eriksen ist nicht präsent heute, aber gut, eigentlich in den schwierigen Momenten ist er sonst immer da. Heute vermisse ich das so ein bisschen. Toll, sie, die jedes Spiel von Eriksen gesehen hat natürlich, ihm fehlt der Überblick, die Übersicht beim Zuspiel. Also wenn es jetzt auf einzelne Spieler dann noch geht und ich meine, nee, so wollen wir das hören. Dänemark im Angriff, super Aktion, kein Tor, das dazu. Ihm fehlt der Überblick, die Übersicht. Aber sie wackeln und das haben wir uns ja gar nicht gewünscht, weil wir haben uns gewünscht, eigentlich absolut stabile, felsenfeste Abwehr rein und bloß kein Wackeln. Also naja, fällt mir ein Tor, um Gottes Willen, dann machen wir ja ganz sofort aus. Ich würde sofort abschalten, ein Tor fällt, das kann ich nicht. Und nochmal ein Spieler ausgespielt, dann reicht es recht aus. So wollen wir das hören. Nee, wirklich. Dass das 90 Minuten nicht funktioniert auf diesem Niveau, das war klar. Was war denn das, was sie da? Wussten wir alle, irgendwann lässt auch das wieder nach. Da war wohl der Ansatz etwas positiver. Auf diesem Niveau, das war klar. Schusschance für Dänemark in der Nachspielzeit, kommt sogar aufs Tor gehalten. Nicht gut platziert. Man kann nicht. Man kann nicht. Man kann einfach nicht mitgehen. Man kann nicht mitgehen. Also ich meine, man würde jetzt eigentlich, würde so ein Laie, also ein richtiger Laie, also so ein Dummkopf, der noch nie Fußball geguckt hat. Der würde denken, oh, was? Oder so. Aber sie, nicht gut platziert. So wird es ja niemals. Australien noch mit einer Chance gegen Peru, weil die Peruaner spielerisch deutlich höher einzuschätzen sind. Da muss man, das muss man einfach so sagen. Nee, also wirklich, das war immer Brief und Siegel. Das können wir gleich mal Rundgriff, alle müssen unterschreiben. Peru spielerisch, klar, besser. Klar, unterschreibe ich, unterschreibe ich mal. Unterschriften, Sammelaktien, klar, deutlich höher einzuschätzen. Australien war sehr stark. Wer sollte da zustimmen? Was sind das bloß für Aussagen? Ich weiß nicht. Vor allen Dingen ist es ja so, ich fand Australien besser vielleicht, wenn das jetzt jemand sagen würde. könnt ihr, oder ich fand aus Australien, oder Peru ist meiner Meinung nach, oder irgendwas kann man ja sagen, aber doch nicht. Postulate, das sind Postulate. Dann zum Elber hudert sie etwas zurück von 50-50. Es ist ja bloß, dass sie gehört hat, was Osmeier sagt und sie hat ja den Penalty, den Elfmeter von der Gans bestätigt. Naja. Gut, ich meine, ich gehe mal jetzt einfach so ein bisschen weiter runter, weil die Zeit ist ja hier schon... wie geht's, oder? Ach, du machst mal noch der Video. Nee, ich habe alles erzählt, aber... Soll ich den mal den Fisch im Backofen packen, weil ich meine Davids rein und dein und es dauert ungefähr 40 Minuten, bis der durch ist, 35. Ja, ich glaube, ich habe gar nichts aufgezeichnet. Warum? Na, aus Versehen, ich weiß nicht warum. Okay, ich mache auf...